Auch wir in Radebeul feiern ein großes Jubiläum. Wir werden 125 Jahre alt. Das freut mich ganz besonders. Wir haben viel gemeinsam erreicht und die grafische Industrie maßgeblich geprägt. Mit unserer Kreativität und Ingenieurskunst werden wir unsere Erfolgsgeschichte weiterschreiben. Wir Finanzer wissen, dass hinter jeder Zahl eine Geschichte steckt. 125 Jahre König und Bauer Schiedfeld stehen für Generationen von fleißigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ohne die unser weltweiter Volk unmöglich gewesen wäre. Ich freue mich, dass unsere Produkte heute genauso attraktiv sind wie zu Beginn unserer Unternehmensgeschichte. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 125 Jahre Radebeul zu feiern. Und ich grüße meine Kollegen in Mötling, die uns mit ihrem Jubiläum ein halbes Jahrhundert voraus sind. Der Countdown läuft. 175 Jahre Mötling und 125 Jahre Radebeul. Insgesamt 300 Jahre technologische Innovation. Damit sind wir gut für die Zukunft gerüstet. Feiern Sie mit uns!